Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Philipp, ich bin professioneller Trader und Investor und lebe mit meiner Familie seit dem Jahr 2022 auf Zypern. Auf diesem Kanal möchte ich dir Content mit Mehrwert liefern, der dich auf dem Weg zum erfolgreichen Trader und Investor begleitet. Ich persönlich setze drei verschiedene Strategien um, die du hier in der Pyramide siehst. Das ist einmal eine fundamentale Investition in den S&P 500 oder in den Nasdaq ETF. Das Ganze ist noch ein bisschen mit einem Timing-Tool versehen, das auf Wochenbasis hier letztendlich mir angibt, ob ich investieren sollte oder eher nicht. Der Vorteil dadurch ist, dass man in Krisenjahren nahezu keinen Drawdown hat und diesen natürlich deutlich begrenzt. Und das ermöglicht mir langfristig auch mit meinen ETF-Investitionen eine deutliche Outperformance, also eine bessere Performance als der Gesamtmarkt zu erreichen. Und das mit sehr, sehr wenig Aufwand. Dann mache ich noch Future Swing Trading. Das Ganze ist auch auf Aktien übertragbar, denn ich weiß, dass viele von euch nicht unbedingt Futures handeln, sondern Aktien handeln und das ist auch vollkommen okay. Aktien sind auch ein sehr, sehr gutes Tool, vor allen Dingen, wenn man hier ein bewährtes Trading-System hat, wie man die richtigen Aktien filtert, um dann letztendlich auch seine Gewinne mitnehmen kann. Als letztes in der Pyramide mache ich das Future Stay Trading. Das ist eine Möglichkeit, nahezu in jeder Marktphase Gewinne zu realisieren, denn im Future Stay Trading sind wir sehr, sehr kurzfristig unterwegs. Das heißt, unsere Phasen, in denen wir Verluste machen, sind meistens nur mehrere Tage lang und es ist möglich, hier jede Woche beispielsweise mit einem Gewinn abzuschließen. In allen meinen Videos, die ich hier auf diesem Kanal veröffentliche, wird es um eines dieser drei Bereiche gehen. Nicht immer um dasselbe, sondern es ist hier eine bunte Mischung und es soll letzten Endes darum gehen, dir eine breite Palette an Wissen und natürlich auch Inhalt, Content hier zu vermitteln. Wenn du noch mehr lernen möchtest, wie du endlich erfolgreich im Trading wirst, dann schau dir doch gerne meine Webseite an. Dort findest du viele, viele weitere Informationen zu diesen drei Strategien, viel, viel weiteren Content und natürlich auch Angebote, wie ich dich auf deinem Weg bestmöglich unterstützen kann. Ich wünsche dir viel Erfolg im Trading, bleib unbedingt dran, bis zum nächsten Video.